Was hat Biodiversität mit unserem Wohlstand zu tun? Es gab in der Evolutionsgeschichte schon einige Massensterben, aber wieso ist es gerade dieses Mal etwas anderes? Und wie kann uns ein bioinformatisches Tool helfen, aussterbende Arten zu konservieren? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brandt und ich bin Sophia Jans und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute gehen wir der Biodiversität auf den Grund und wieso wir sie für unseren Wohlstand benötigen. Dazu sprechen wir mit Dr. Heik Georg Drost. Heik ist Leiter der Forschungsgruppe Computational Biology am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Hallo Heik, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Danke, dass du da bist. Hallo Sophia, vielen Dank für die herzliche Einladung. Du forschst über Biodiversität. Erzähl mal, worum geht es dabei und warum ist es überhaupt wichtig? Fantastische Frage. Ja, wir alle, glaube ich, kennen den Begriff Biodiversität. Wir haben das in den Medien gehört. Wir wissen, dass Biodiversität wichtig sein soll. Wir sollen die Biodiversität schützen. Und was ist also eigentlich Biodiversität? Biodiversität ist Artenvielfalt. Und die Frage ist natürlich, warum sollen wir sie schützen und was bedeutet das eigentlich? Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die fragen, warum sollen wir die Biodiversität überhaupt jetzt gerade angehen? Es gibt so viele Probleme. Es gibt den Klimawandel. Es gibt den Krieg vor unserer Haustür. Wir kommen gerade aus der Pandemie heraus. Warum sollen wir jetzt gerade in die Biodiversitätsforschung investieren und Biodiversität an sich? Und ich habe zwei Antworten darauf. Eine ist wissenschaftlich und eine kommt tatsächlich aus der Ökonomie. Und die OECD hat nämlich gesagt, dass Biodiversität tatsächlich das Fundament unseres menschlichen Wohlstands ist. Also das ist jetzt die ökonomische Antwort. Das ist die ökonomische Antwort. Genau. Aber wieso ist das denn der Fall? Also ob hier vor der Haustür zwei Vogelarten aussterben, ist mir doch erstmal egal, oder? Genau. Das ist also sozusagen die Intuition. Das könnte nicht wichtig sein. Aber wir alle kennen, glaube ich, auch das gute Beispiel von den Bienen. Das Bienensterben. Und Bienen sind eben die Bestäuber all unserer Landgüter. Ja, also wir wissen, dass unsere Kulturpflanzen zum Beispiel von den Bienen bestäubt werden. Und das ist nur eines der vielen Beispiele, wie eben die Biodiversität dazu führt, dass eben komplexe Ökosysteme generiert werden können, die wir als Menschen nutzen können für unseren Wohlstand oder Wohlstand damit aufbauen können. Das heißt, ohne Biodiversität haben wir keinen minimalen Wohlstand, mit dem wir tatsächlich dann Krankheiten bekämpfen können, Kriege und den Klimawandel. Also Landwirtschaft als ein Beispiel. In welchen anderen Bereichen spielt die Biodiversität da noch eine Rolle? Wir alle kennen, glaube ich, auch das Beispiel des Regenwaldes. Ja, wir wissen, der Regenwald stirbt und mit dem Regenwald sterben viele Arten, zum Beispiel Pflanzenarten, die wir nutzen könnten für medizinische Anwendungen, für Pharmakologie. Und das heißt, hier ist auch wieder der Wohlstand unserer Gesundheit praktisch ein biodiverses Fundament. Genau, oder Biodiversität kreiert das Fundament dafür. Können wir einmal so ein paar Zahlen nennen oder kannst du ein paar Zahlen nennen, wie sehr geht denn die Artenvielfalt zurück? Also hier in Deutschland und überhaupt weltweit? Genau. Der Living Planet Report aus 2020 hat tatsächlich versucht, das zu quantifizieren pro Kontinent. In Südamerika zum Beispiel gibt es schon 94 Prozent aller Arten, die unwiderruflich ausgestorben sind. Das heißt, 94 Prozent aller Arten sind einfach weg, verschwunden. Seit wann? Die Zählung ist seit 1970 ungefähr, genau. Genau. Und in Europa sind das ungefähr in den 30 Prozent Zahlen, also 34 Prozent ist da die Zahl. Da sieht es, man könnte argumentieren, noch etwas besser aus. Aber es ist so, dass tatsächlich die meiste Biodiversität schon verschwunden ist in vielen Kontinenten. Und einige könnten auch behaupten, na gut, okay, in den letzten 500 Millionen Jahren ist das schon mehrmals passiert. Es gab also Massenaussterben von Arten. Bis zu 90 Prozent aller Arten sind also unwiderruflich ausgestorben damals. Und hier sind wir wieder und haben tatsächlich wieder Biodiversität. Warum sollen wir also jetzt in die Biodiversität tatsächlich reininvestieren? Und wie gesagt, die Antwort, die ökonomische Antwort ist, dass unser Wohlstand auf der Biodiversität basiert. Das ist die ökonomische Antwort. Und du hast gesagt, du hast auch noch eine wissenschaftliche Antwort darauf. Selbstverständlich. Wir sind natürlich Wissenschaftler. Das heißt, unsere Antwort ist die Neugier an sich. Das heißt, in der Max-Planck-Gesellschaft sind wir natürlich neugierig. Wie entstehen denn überhaupt neue Arten? Also eine große Frage unserer kleinen Forschungsgruppe zum Beispiel ist, wie entstehen denn eigentlich neue Arten oder wie entsteht Biodiversität an sich? Und was können wir eigentlich aus ihr lernen? Das heißt, wie können wir tatsächlich die Daten der Biodiversität nutzen, um daraus etwas zu lernen für die Wissenschaft, für aber auch die Medizin oder dann generell unseren Wohlstand? Aber nochmal ganz kurz zu den Ursachen. Warum passiert das überhaupt? Du hast ja gesagt, dass es schon mehrfach in der Geschichte des Planeten passiert, dass Arten ganz massiv ausgestorben sind. Warum und was sind aktuell die Ursachen? Also es gab fünf Massenaussterben in den letzten 500 Millionen Jahren. Und wir nennen es gerade das sechste Massensterben der Arten. Und das ist induziert durch den Menschen. Das heißt, die Idee hier ist zu sagen, wir wissen alle, dass es einen Klimawandel gibt, der vermutlich menscheninduziert ist. Und die Industrielle Revolution hat dazu geführt, dass wir einfach unseren Planeten kultiviert haben. Wir kultivieren unseren Planeten, um Wohlstand für uns als Zivilisation zu schaffen. Und durch das Kultivieren nehmen wir aber Lebensräume von den Arten weg, die tatsächlich jetzt existieren. Und das heißt, es gibt zwei Gründe. Einmal das Wegnehmen des Landraums der Arten und dann natürlich der Klimawandel an sich, der dazu führt, dass einige Arten können einfach mit diesem rapiden Klimawandel nicht umgehen. Das heißt, deren genetischer Bauplan ist nicht dafür gemacht, sich so schnell an diesen Klimawandel anzupassen. Was gäbe es denn für Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken? Also natürlich zu versuchen, den Klimawandel zu bremsen. Ja, das versuchen wir. Aber kann man sonst noch was gegen das Artensterben tun? Absolut. Also es gibt natürlich mehrere Ansätze, ein Portfolio von Ansätzen. Und der ganz klassische Ansatz ist natürlich Konservation. Das heißt, wir versuchen Landräume zu schaffen wieder für bedrohte Arten, Naturschutzgebiete und so weiter. Aber es gibt auch einen modernen Weg in den letzten 20 Jahren, der tatsächlich uns erlaubt, das Erbgut aller Arten zu entschlüsseln. Also den Bauplan, die DNA, die Gene der verschiedenen Arten zu sequenzieren. Wir nennen das DNA-Sequenzierung. Das heißt, wir können dem Bauplan das Erbgut einer Art ablesen und dann in Datenbanken speichern. Und es gibt tatsächlich Megakonsortia derzeit. Das nennt sich zum Beispiel das Earth-Biogenome-Projekt, was versucht, wirklich 1,8 Millionen Spezies-Arten zu sequenzieren und dann in Datenbanken zu speichern in den nächsten 10 bis 20 Jahren. 1,8 Millionen von wie vielen, die wir vermutlich haben auf der Welt? Das meiste, das bisher sequenziert und bekannt ist, sind natürlich dann Viren, Bakterien und Archaea zum Beispiel. Aber in den Vielzählern und Einzählern, die eukaryotisch in der Natur sind, kennen wir ungefähr 10 bis 15 Millionen Arten. Aber vermutlich gibt es noch viel mehr. Geschätzt wird, dass in zum Beispiel der Tiefsee oder im Regenwald noch viel existiert, was wir gar nicht kennen. Und das heißt, 2 Millionen Arten zu sequenzieren, ist wirklich schon mal ein sehr ambitioniertes Projekt und wunderbar für unsere Forschung. Teil dieses Earth-Biogenome-Projekts ist es also, die Daten des Erbguts der Lebewesen zu speichern und die Arten dadurch zu konservieren. Aber die Lebewesen sterben doch trotzdem aus. Was bringt es uns dann überhaupt, wenn wir die Daten des Erbguts abspeichern? Genau zu dieser Thematik hat Haig mit seinem Mitarbeiter Benjamin Buchfink eine biologische Suchmaschine entwickelt. Damit kann er in Sekundenschnelle das Erbgut verschiedener Lebewesen miteinander vergleichen, analysieren und aber auch daraus etwas lernen. Wir versuchen natürlich alles, um die Arten zu retten, mit allen Strategien. Aber wenn es denn so sein sollte, dass eine Spezies ausstirbt, haben wir zumindest das Erbgut in der Datenbank gespeichert und können hoffentlich etwas daraus lernen. Das ist genau die Forschung, die wir versuchen, bioinformatisch anzugehen. Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Google-Suche. Das heißt, man hat eine Datenbank, nennen wir das das Internet, World Wide Web. Und wir suchen jetzt darin zum Beispiel ein bestimmtes Gen oder verschiedene Gene und können jetzt tatsächlich analog zu einer Google-Suche Treffer in dieser Datenbank finden. Und was wir normalerweise von einer Google-Suche haben wollen, ist natürlich die relevanten Treffer. Wir kriegen oft Millionen von Treffern zurück, schauen uns aber nur die relevantesten zehn zum Beispiel an. Und das gleiche Prinzip ist das auch dann in der Datenbank des Lebens. Nämlich, wir haben also das Erbgut, die Gene aller Spezies in einer Datenbank und wollen eben dann eine Suche, analog zu einer Google-Suche damit machen. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das zwei Schritte. Das eine ist erstmal überhaupt die DNA zu sequenzieren, überhaupt mal zu schauen, was steht da in der DNA drin. Und dann will man im zweiten Schritt was mit den Informationen auch anfangen und will verschiedene Arten vergleichen. Genau. Und erzähl mal noch, was genau trägst du dann dazu bei? Du bist ja Bioinformatiker. Genau, genau. Ja, ich habe jetzt natürlich komplett in einem ganz anderen Feld gesprochen, ja, Biodiversitätsforschung. Als Bioinformatiker ist das Schöne, dass, wie gesagt, heutzutage generiert die Biodiversitätsforschung, gerade auch die molekulare Biodiversitätsforschung, die also all das Erbgut entschlüsselt, unglaublich riesige Datenmengen. Ja, wir reden hier wirklich von mehreren hundert Terabyte bis Petabyte. Und diese Datenmengen, wie wir auch wissen, können eben nur mit Computern analysiert, prozessiert und verstanden werden. Das heißt, heute ist eigentlich die Lebenswissenschaft eine Computerwissenschaft und wird auch immer mehr eine Computerwissenschaft. Das heißt, wir als Bioinformatiker bauen eben die Software, die Methodologien, die statistischen Modelle zusammen, um wirklich aus diesen riesigen Datenbanken etwas zu lernen, um wirklich zur Forschung, aktiven Forschung in den Lebenswissenschaften beizutragen, indem wir eben die Daten organisieren und sagen können, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel wissen, wann sind bestimmte Gene entstanden. Das sind also sozusagen, man kann sich das so vorstellen, dass eine Art hat ja eine bestimmte Strategie entwickelt, sich an eine Umwelt anzupassen. Und wir haben eventuell diese Strategie gar nicht evolviert als Menschen. Und wir wollen also von diesen anderen Strategien in den anderen Spezies lernen. Und anhand des Erbguts können wir tatsächlich diese Strategien irgendwie quantifizieren. Nämlich die Gene, die evolviert sind, die in anderen Arten existieren, aber nicht bei uns zum Beispiel, können uns eventuell Strategien geben, wie wir Krankheiten heilen können, genetische Krankheiten zum Beispiel, oder andere Strategien. Kannst du dazu auch noch ein ganz konkretes Beispiel geben? Absolut. Also wir können uns zum Beispiel die Embryonalentwicklung vorstellen. Ja, wir Menschen entwickeln uns als Embryos zu einem erwachsenen Menschen natürlich. Und das findet auch in anderen Arten statt, die Embryonalentwicklung. Und hier können wir tatsächlich etwas lernen, weil wir wissen, als Mensch kann etwas passieren während der Embryonalentwicklung, dass wir uns eben fehlfalten, wenn tatsächlich irgendwas schief geht, ja, oder Krankheiten, viele genetische Krankheiten haben auch Effekte in der Embryonalentwicklung. Und es gibt tatsächlich Tiere, die haben also diese Probleme gelöst. Ja, das heißt, die haben also Gene evolviert und entweder haben sie diese Probleme in der Embryonalentwicklung nicht, haben es also geschafft, Strategien zu entwickeln, um dann die Probleme zu lösen. Ein anderes Beispiel ist natürlich auch Langlebigkeit. Ja, es gibt also viel Forschung heutzutage, die darauf bestrebt, dass wir für immer leben sollen. Man kann natürlich hier debattieren, ob man das wirklich möchte. Aber zumindest ist die wissenschaftliche Frage erstmal legitim. Wie lange kann man denn überhaupt unser Leben verlängern? Und es gibt tatsächlich Tierarten, die über 100 Jahre leben können, aber auch pflanzen. Und auch hier gibt es wieder Strategien aus ihrem Erbgut, aus denen wir lernen können und die wir eventuell nutzen können. Und das ist wirklich nur eines, von vielen Beispielen. Ein Ziel dieses Earth Biogenome Projects ist es also, die Daten des Erbguts der Lebewesen zu speichern. Dadurch kann man die Arten sozusagen konservieren. Was kann man dann aber mit dieser riesigen Datenmenge überhaupt anfangen? Dafür entwickelt Haig mit seinem Mitarbeiter Benjamin Buchfink eine biologische Suchmaschine. Mit dieser Suchmaschine kann man dann in Sekundenschnelle das Erbgut verschiedener Lebewesen miteinander vergleichen, analysieren und auch daraus lernen. Wir sind nicht die Ersten, die also so eine Suchmaschine für biologische Sequenzen etabliert haben. Es gibt schon ein Software-Tool, was sich Blast nennt, Basic Local Alignment Search Tool. Man kann sich das vorstellen, wie das Yahoo, ja, als es Yahoo gab und dann später gab es Google und Blast wird bereits seit wahrscheinlich mehr als 30 Jahren in den Lebenswissenschaften genutzt und sehr erfolgreich, ist nur sehr langsam. Das heißt, mit diesen großen Datenmengen, die jetzt hier reinkommen, kann Blast einfach nicht mehr skalieren. Und ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Die Suchmaschine, die wir etabliert haben, wir nennen sie Diamond, ist bis zu 10.000 Mal schneller als Blast. Das heißt, man kann jetzt wirklich in unter einer Stunde das suchen, was man vorher in einem Jahr nur hätte warten müssen mit Blast zum Beispiel. Und ist sie dann auch genauso genau? Findet die dann auch genauso viele Sachen oder ist sie vielleicht auch fehleranfälliger und findet Sachen, die sie nicht finden sollte? Genau. Wir haben also verstanden, dass praktisch die Suchen auch unterschiedlichen Kontext haben können. Also die kurze Antwort ist, ja, wir sind genauso sensitiv. Das heißt, wir können tatsächlich genau das Gleiche finden. Aber wir haben noch zusätzlich verstanden, dass praktisch verschiedene Anwender verschiedene Fragen an so eine Datenbank stellen können. Zum Beispiel, wenn man nach Ähnlichkeit sich orientieren möchte, sagen wir, wir wollen 60% Identität haben der Sequenz und höher. Dann reicht es aus, diesen unseren schnellen Modus bis zu 10.000 Mal schneller zu nutzen und man ist genauso sensitiv wie Blast und aber wie gesagt 10.000 Mal schneller. Also man kann das in unter einer Stunde machen, was Blast in einem Jahr macht. Wenn wir aber natürlich sozusagen tiefer suchen wollen, also Sequenzen, die sagen wir 20% ähnlich und zwischen 20% und 30% Sequenzidealität haben, dann brauchen wir einen sensitiveren Modus, den wir auch etabliert haben und dann sind wir in Anführungsstrichen nur noch 360 Mal schneller. Das heißt, wir schaffen das in einem Tag, was Blast in einem Jahr macht. Aber dennoch können wir jetzt wirklich mit diesen riesigen Datenbanken, die generiert werden, mithalten, wohingegen Blast das nicht mehr schafft. Also ihr habt Diamond quasi einmal das normale Diamond und einmal Diamond Pro das nochmal genauer findet. Genau, richtig. Wir nennen das Very Sensitive und Ultra Sensitive. Richtig, also verschiedene Sensitivitätsstufen, die es uns erlauben, je nach Fragestellung spezifisch, aber auch schnell, immer schnell zu suchen. Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Arten aussterben. Aber kann es auch sein, dass in der gleichen Zeit neue Arten entstehen? Wir haben ja gerade ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Biodiversität sich ja auch selbst wieder regenerieren kann. Das heißt, wie gesagt, es gab Massensterben bereits fünfmal, jetzt sind wir im sechsten, in der sechsten Variante davon. Und bisher hat sich ja die Biodiversität immer wieder erholt. Das heißt, langwierig gesehen, denke ich, kann die Biodiversität sich auf jeden Fall erholen. Aber wir reden hier von Millionen oder hunderten Millionen von Jahren. Das heißt, erst gibt es eine Kontraktion, das heißt, erst sterben die Arten aus. Und dann, wenn die Umweltbedingungen wieder korrekt sind dafür, dann kann sich die Biodiversität natürlich wieder ausweiten, weil natürliche Variation ein Grundprinzip der Biologie ist praktisch. Aber hier reden wir von, wie gesagt, mehreren Millionen oder hundert Millionen Jahren. Und wir aber als Menschen wollen ja, wie gesagt, alles kultivieren. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die Arten, die unser Ökosystem heutzutage erzeugen, weiterhin da sind, damit wir unseren Wohlstand darauf aufbauen können. Das heißt, wir wissen einfach nicht, was passieren würde, wenn wir diese Ökosysteme so rapide zerstören. Dementsprechend ist es umso wichtiger, unsere jetzigen Ökosysteme so gut wie möglich zu schützen und aber auch mit bioinformatischen Tools wie Diamond aus den Erbinformationen etwas lernen zu können. Mich würde jetzt aber auch noch interessieren, ob Haik sich eher als Biologe oder als Informatiker sieht. Ich selbst bin Informatiker, habe mich dann in Bioinformatik spezialisiert, habe also wirklich am Institut für Informatik Bioinformatik studiert, was eigentlich ein Informatikstudiengang war und habe mich dann aber sehr schnell in die Biologie verliebt. Haik hat zunächst in Halle Bioinformatik studiert und dann in Cambridge im biologischen Bereich geforscht. Wie kam er dann aber schließlich ans Max-Planck-Institut für Biologie nach Tübingen? Kurz nachdem ich in Cambridge angefangen habe, hat sich Detlef Weigel, Direktor bei uns in der Abteilung von Molekularbiologie bei mir gemeldet und Detlef ist wirklich praktisch einer der größten Pflanzenforscher unserer Zeit und für mich war das natürlich eine Ehre von ihm tatsächlich dann kontaktiert zu werden und gefragt zu werden, hättest du denn Interesse bei uns eine bioinformatische Computational Biology Gruppe zu etablieren und ich bin absolut begeistert vom Motto der Max-Planck-Gesellschaft zu sagen, und wir fragen nicht, wofür brauchst du das? Wir haben zwar viel darüber heute gesprochen, wofür braucht man eigentlich Biodiversität und so weiter und das ist übrigens auch eine Frage, die in Cambridge sehr oft gestellt wurde, wofür brauchen wir das eigentlich? Wohingegen an der Max-Planck-Gesellschaft ist die Neugier das Wichtige? Das heißt, wir wissen einfach noch nicht genug über die Biodiversität, was generiert, was erzeugt Biodiversität, was ist Biodiversität und wie können wir daraus lernen als Grundfrage, als einfach neugierige Frage, die eventuell später tatsächlich auch Anwendung findet natürlich. Aber das hat mich absolut begeistert, hierher zu kommen und zu sagen, ich etabliere eine kleine Gruppe mit einer großen Frage und versuche tatsächlich zu untersuchen, wie wird Biodiversität als Prozess erzeugt? Also ganz klassische Frage, die tatsächlich schon seit 2000 Jahren gestellt wird, aber jetzt eben mit molekularen Daten und informatischen Methoden. Und wo geht es jetzt bei dir hin in der Forschung? Also nachdem ihr jetzt Diamond diese Google-Suche für DNA gemacht habt, was ist dann der nächste Schritt für dich? Ja, es gibt glaube ich viele Schritte. Also einmal natürlich informatisch im Sinne von, es gibt noch viele technische Probleme, die wir lösen müssen. Wie gesagt, Petabyte von Daten anzufassen ist technologisch wirklich sehr schwer. Google, Facebook, Amazon und so weiter bezahlt sehr gutes Geld an sehr talentierte Leute, um das überhaupt zu ermöglichen. Und hier haben wir einfach in der Forschung noch gar nicht die Mittel. Das heißt, wir sind viel, viel langsamer hinterher, aber wir kennen zum Teil Technologien, die dort entwickeln, die wir jetzt auch in der Wissenschaft einsetzen können. Das heißt, hier ist einmal die reine informatische Forschung. Wie können wir überhaupt diese Daten organisieren in diesen Größenordnungen und daraus etwas lernen oder sogar Vorhersagen machen? Und dieser Punkt Vorhersage ist die Richtung, in die ich gerne gehen möchte. Das heißt, wie können wir tatsächlich aus diesem riesigen Datensatz, den wir jetzt irgendwie schaffen zu organisieren, etwas lernen und vorherzusagen, zum Beispiel, okay, das ist die Spezies, die am meisten bedroht ist in den nächsten Jahren, weil wir aus ihrem Erbgut bereits gelernt haben, dass sie nicht gut mit Klimawandel oder schnellen Veränderungen umgehen kann. Eine andere Strategie ist natürlich, wie können wir also die Daten so organisieren, im Sinne von, welche Gene sind jetzt in welchen Arten neu entstanden oder verloren gegangen, dass wir sie für die medizinische Forschung nutzen können. Ja, also wie können wir tatsächlich sehen, welche Gene neu entstehen in verschiedenen Arten und was machen denn diese Gene in diesen neuen Arten und können wir diese neue Funktion, diese Strategie eventuell für uns nutzen, für uns als Menschen, ja, in der medizinischen Forschung, Pharmakologie und so weiter. Aber auch in der Landwirtschaft, ja, wir wissen zum Beispiel, dass Ertrag auch auf jeden Fall wichtig ist. Das heißt, es gibt einige Pflanzen, die haben das optimiert, andere nicht und wir können also eventuell tatsächlich auch etwas lernen darüber, wie wir Ertragssteigerung umsetzen können und so weiter. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich die Lebenswissenschaften in den nächsten Jahren durch bioinformatische Tools weiterentwickeln werden und hoffen wir mal, dass wir den Verlust der Artenvielfalt bremsen können. Weitere Informationen zu Heikes Forschungsgruppe Computational Biology findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Auf den Grund gegangen, ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Dr. Heik Georg Drost für das Interview zu dieser Folge.